Ich schminke mich heute wieder mit einem Filter. Dieses Mal könnte es der schwierigste Filter sein, den ich jemals verwendet habe. Seid ihr bereit? Ich schminke mich heute mit dem tanzenden Dino-Filter. Okay, starten wir mal mit Foundation. Verblenden. Oh man, ich sehe nichts. Komm wieder nach oben. Ein bisschen Concealer drauf. Oha, diese Moves. Ich versuche gerade die Augenbrauen zu machen. Den Lidschatten mache ich natürlich grün, inspiriert von seinem Kostüm. Dann brauche ich nur noch ein bisschen Mascara. Ein bisschen Bronzer. Hilfe. Und natürlich noch Lippenstift. Hilfe. Bewege ich nicht so viel, bitte.